Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von Dharma Germany, dem Podcast für buddhistische Denkweisen. Warum schätzen wir Dinge, die wir besitzen, nicht wert? Hier ein kleines Beispiel. Wir haben alle Internetzugang. Wir nutzen das Internet täglich. Manche Menschen, mich mit eingeschlossen, nutzen es sogar mehrere Stunden am Tag. Was ist jedoch, wenn unser Internetanbieter Probleme hat und wir für mehrere Monate kein Internet haben? Dazu kommt, dass unsere Telefone in den meisten Fällen nur mit Internet funktionieren. Plötzlich haben wir die Dinge, die vorher da waren, nicht mehr. Was passiert in diesem Moment? Und wieso haben wir die Tatsache, dass wir vorher Internet und Telefon hatten, nicht als besonders angesehen? Besonders waren für uns nur die ersten paar Seiten, die wir aufgerufen haben, oder das erste Telefonat. Wir erkennen, dass wir uns an Weltlichkeiten sehr schnell gewöhnen und sie als normal empfinden. Wir bekommen den Hals einfach nicht voll. Alles nur aus der Tatsache heraus, dass wir ein progressives Verlangen nach weltlichem Besitz haben. Doch wisst ihr was? Wir brauchen das alles gar nicht. Wir haben bereits sehr, sehr viel Weltliches. Zum Beispiel das Augenlicht. Menschen, die das Augenlicht verloren haben, erinnern sich zurück an die Zeit, in der sie noch sehen konnten. Und denken sich, warum habe ich mein Augenlicht nicht wertgeschätzt? Wir müssen erkennen, dass wir sehr viel besitzen. Glück entsteht, wenn wir zufrieden sind. Und Zufriedenheit entsteht, wenn wir uns von Gier und Begehren lösen. Die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, liegen im Universellen. Wie können wir uns dem Universellen nähern? Indem wir uns in täglicher Meditationspraxis üben. Die Meditation ist das Mittel, um klare und reine Sicht auf unser Leben zu bekommen. Wir werden durch sie unglaublich viele Zusammenhänge verstehen und erfahren. Die Meditation ist das Mittel, um 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 das Mittel.